Musik Generell die meisten Zweier hat eine positive Bilanz mit 6 zu 5 und statt Pletea natürlich auch bekannt für sehr attraktive Ballwechsel Starke Vorhanddruck jetzt Nun ist sein Team mal 2-0 hinten mit den Jungen Und wieder gute Ballen aus dem ersten Satz anzuknüpfen Aber das schafft er nicht ganz Mit dem Aufschlagfehler startet er hier in den zweiten Satz Irrer Ball Den hat er genauso gerollt Und natürlich auch alles Für Pletea ein extrem wichtiger Satz ist Jetzt geht er mit 2-0 in Führung Der Heißläufer Jetzt geht er flach und jetzt zwei Satzbälle Und Gustavo Zuboi mit dem Rückhandfehler Zurückschlägt Zurück auf Zuboi Der auch kein schlechter Aufschläger ist Der Fanclub vom TTC nicht da sein kann Aber Wäre sehr irre Wenn er sich das Ding noch nebenlassen würde Naja, aber jetzt ist er sehr stabil Guck dir das an Wie stabil er am Tisch bleibt Vor- und gegenzieht Sieben Matchbälle zur 2-0-Führung Christian Pletea Nimmt hier Gustavo Zuboi Mit 3-0 Mist Müt Von Bon Das ist W loud Du Ich Du